Ich fang hier unten an. Ja, gutes Haus. Dankeschön. Haben wir uns das ganze Glück gerade eben aufgebraucht oder was? Moment, ja, die Wurk. Er hat einfach mal solo in die Wurk gesprintet. Geh mal hier hoch, wenn die Wurkontakt haben. Crack. Gas-Trap. Gas-Trap deployed. Ich baide und bequenze. Fandert. There is a new K-Leader. Hostile right here. Very well. Fandert. Fandert. Gas-Trap deployed. Machen sie kaputt da oben. Kann ich sie doch nicht treffen? Das ist ja frech. Hier sind alle drin. Gold-Shield right before you. oh oh braver careful recharging independent variable edit gas trap deployed Sie sind weit weg tatsächlich So, wir sind schon mal in Top 5 und wir haben keinen einzigen Kill Assist bisher Aua, ach, ist ja doof Die lassen einen halt nicht looten Die lassen einen halt nicht looten So, jetzt habe ich jede Menge Heilungsmöglichkeiten tatsächlich Mit drei Phoenix Kids Ich glaube, drei davon brauche ich nicht Ist immer noch ein Haufen Aufwand, die durchzuziehen Okay, soviel dazu Ich habe ja noch eins, was ich eh wegwerfen wollte Werden sie gepusht? Oh, sie werden nicht gepusht Ja, verarsche ich mich doch Die haben halt eine Charge-Reife und eine Craver da in der Mitte Das ist halt super anstrengend Das ist halt super anstrengend Das ist halt super anstrengend Optik, ja Optik für dich, Bluzzer Ich kann das Komm her, komm her Hier 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 das war ein headshot das pack ich weg für mehr nades ich will eigentlich mehr nades haben aber ich habe noch drei es geht vielleicht kann ja nicht schießen war ok da kommen wir von da hinten was schild broken we're gonna push him recharging shields she broken inside schild broken inside das war nicht meine kanade das ist ein problem das war noch ein spot deswegen kinder nicht einfach rein pushen so 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 er geht raus ok problem ist dass wir unseren mate jetzt verloren haben eine aktion die shit ist ich bin auf dem weg oh nein das war nicht meine intention die habe ich nicht gesehen das ding liegt hier scheiße das ist richtig scheiße ich habe jetzt ein double erst schrei gemacht sei ich das richtig soll auf der gleichen seite sein das das made image charge ich habe ich die 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 das ist so dumm was die hier machen wenn sie ins kreuzfeuer springen GG nice good job mate nice 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 dass die dort ins kreuzfeuer springen das ist sie das ist das ist so gut man Das ist so dumm, dass sie dort runterjumpen, das ist halt einfach nur dämlich. Ich wollte eigentlich davon verhindern, dass sie Free rübermoven können, aber das hab ich nicht hingekriegt. Aber, Platin 3, wie spät haben wir's? Damit hören wir auf für heute. Der Stream ist vorbei, mit dem Sieg beendet. Nein, ich werd es nicht annehmen. Aber das war ein schönes Ende, find ich. Und noch ein Level-Up. Ich will wirklich nicht.